es ist es ist ein Jahr weiter ich habe den Headshot gegeben es sind immer den Mann BDF er auf mich zu beschießen auf der Erd auf und auf und auf Böse 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 ein dauernd in Eke tut ich bin zu einem Buhn auch schreckt mich nicht so die Jürgen nee jeder Ene der Kunde um die Ecke kommen ich war nicht drauf vorbereitet auch mal ist ja fast schon mal es ist die P0 87 ne mit dem kann ich nicht spielen na komm heil mich sehr gut bei mir leckt es gerade etwas jetzt nicht mehr ich bin jetzt verkleidet das ist gut wie kann ich denn die Worn hätten keine Ahnung ich kann mit Spioni spielen da musst du mich ja fragen da kann das ich bin tot ach nein ich bin tot machst du von hinten einen Wornkill oder ich weiß nicht ich mach nur mit dem Radio bitte das ist ein Zap-Board damit kannst du Gebäude zerstören Radio wo alter was Pikachu wieso ist der Idiot eigentlich unsichtbar vielleicht wenn du auf den Kopf ziehst keine Ahnung keine Ahnung dann mal ausprobieren jawoll ich hab nen Kill gemacht du musst einfach hinter den sein und dann nimmt er das Messer nach oben und dann kannst du die Worn hätten ja wenn du nen Kill gemacht hast musst du dich wieder neu verwandeln glaube haa irgendwie dann ansonsten wirst du ja entdeckt haa ja das ist ein bisschen scheiße aber naja was ich bin blauer im roten drin äh auffällig hm alter jetzt stehts ich mach mich jetzt unsichtbar ah 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 verdammt warum hat der Angel gewusst dass ich aus dem Gegner Team bin? Der hat geraten. Das mache ich auch immer. Das weiß man nicht. Das ist einfach ein Gefühl, was man im Laufe der Zeit bekommt. Was? Cool. Tralali und tralala. Tralali, tralali, tralali. Oh, er ist überladen. Fuck. Fuck, nein, 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 nein Alter, was? Alter, die Sniperer sind so gut. Alter, warum leckt das? Das ist man, das fängt sich eigentlich wieder. Ich bin jetzt Team Rot. Was zum Fick? Was ist was zum Fick? Na, WTF. Eben auf Deutsch. Die haben mich schon wieder entdeckt. Ich mag die Klassen nicht. So, mal wieder was zu tun. Gut, ich hol mir auch mal ganz kurz wieder so Medic und Muni. So, besser. Besser. Alter, lass. Oh, Mann. Dämlicher Sniper. Jetzt wird zurückgesnipert. Ich hab ein Präzisionsgewehr. Au. Die machen meine Sinti kaputt. Hm. Na, versuch's doch, Bitch. Oh. Er hat's versucht und hat mich umgebracht. Danke. Ähm. Ah, da hab ich doch ne Idee. Ach, Mann, oh. Von hinten und von vorne und... Ach. Niemand sieht mich oder jeder sieht mich. Weil niemand sieht mich oder jeder sieht mich. So. Als erstes baue ich hier das Ding hin. Alter, Mann. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Pyroninator. Der Pyroninator. Jetzt aber. Ach, Mann. Fuck. Ich bin einfach so schlecht. Hör auf, mich anzuzünden. Nein. Alter, nein. Ich bin verbrannt. Mäh. Brauchst du einen Teleporter? Nee, eigentlich nicht. Wenn du einen brauchst, muss ich sagen. Dann kann ich schnell mal irgendwann hinwaschen. Wie schlecht ich bin. Mann, 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 Mann. Ich baue jetzt hier erstmal einen Eingang. Machen wir es halt anders. Alter. Schwul. Er trägt das Original. Er interessiert mich. Koch. Desk. Peter Engel, die es resp Superman. Schade. 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 Der Fein ist über gründer Gertrauber geschwunden. Schade. 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 Na komm, mach weiter Nein, kein Pyro, nein Ach man, oh So, jetzt verprobiere ich meinen Teleporter wieder zu bauen Versuche es Oh, da ist ständig ein Pyro hier unten Mann Dämlicher Pyro Na komm, mach mit Oh, ich bin so schlecht heute, was ist denn los Das ist nicht witzig Wobei, irgendwie schon Okay, ich kann den irgendwie nicht weiterbauen Jetzt muss ich gucken, wo ich Den Ausgang hin Baller Jetzt bin ich gefangen Auch Mann Loll Loll Fall mir sind ein Spieler mehr, aber sind trotzdem schon Gefunden ein Fisch, ja, den habe ich schon mal Ein Fisch? Ach so, die heilige Makrele Spion Teufel, Achtung, Spion, 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 Spion Wo, 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 wo? Ah, ich habe eine große Ich habe eine umgebracht, ja, nice Alter, hätte ich den Teleporter hingekriegt, alter, das wäre so fett gewesen Die werden eh schnell wieder zerstört Gehen die mir auf den Sack, Alter Ach man, oh Immer wer ich von der Seite und von hinten und von vorne und von überall umgebracht ist, furchtbar Von der Seite, von hinten, von vorne, von hinten Natürlich Von unten Ja genau von unten noch Ist mir auch schon mal passiert So, bauen wir das Ding halt hier an Was? Wo ist die neue Sentry? Alter Fuck you, bitch Ja, ich weiß Was? Mit einem Schuss tot? Alter, das lag bei mir supervers gerade Ich kann es leider nicht sehen, aber ich glaube, du hast aufs Wort Ach du meine Scheiße Also ich muss irgendwas anderes nehmen Das geht so nicht weiter Ich hab Pyro lange nicht mehr gespielt Ist eigentlich auch ganz witzig Macht aber kaum Schaden Es kommt drauf an, was du für eine Waffe hast Das geht schon Ich hab das normale Standardding Na gut, ja Ich hab ja eigentlich fast noch nichts Na gut, ja Hey, das warst du gerade Ja Was? Achso Äh, jetzt bräuchte ich Was? Ich hab mich in Luft gesprengt Bin ich wirklich so dämlich? Offensichtlich Ach du meine Scheiße Verstärkung ist unterwegs, Freunde Freunde der Sonne Jetzt, wo sie keine Hilfe mehr brauchen, komme ich Ja Bleib stehen Nein Ah, wo ist er Ach, verdammt Kann ich nur nicht mit Spion umgehen Hier ist ein Spion Nee, bei uns oben Ja, ja X2, dann kannst du auch sagen, dass er ein Spion ist Ich hab mich gefehlt Wie mir einfach mal übelst schlecht sind Das ist sick an mir Wow, was, 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 was Überall ist Sentries Fuck, fuck, fuck Ah So hab ich den richtig geil gewonnen Hittet in Hussein Arsch Ich hab jetzt ein bisschen Spion zu spielen Ach, schon wieder tot Gut, nochmal Klassewechsel Ach, verdammt Du kannst ja gar nicht durch die Leute hier durchlaufen Wie? Ich war Spion War getramt Also, nee, 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 das geht nicht Nee Das ist auch ein Zeichen, woran man eben erkennt Dass derjenige Spion ist Ich hab den Medik gekillt Nee, hab ich nicht Ach, verdammt Ich brauch einen Spion mit 100.000 Leben Den hätte ich auch gern Alter, ich will mal wieder was finden Ich hab noch zwei Hitpoints Jetzt hab ich null Hitpoints Ich bin tot, yay Ich töte jetzt erstmal den Medik Ah Ich hab Doppelkill gemacht mit Spion Und zwei Errungenschaften Aber nichts gefunden Alter, wie die Andauernden unserer Geheimmaterials Laun, es ist zum Heulen Ja Die haben vor allem fast wieder zwanzig Ich mach schon alles mögliche Ja, um sie hier Immer weg zu Ach, da ist sie keine Chance Ich bin einfach zu gut, ich weiß an ihm, warum Der hast du da Popper Mein Gott, ey Und der hat halt gewusst, dass ich spiele Und den